Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 42. Spieltag, der Penny DEL 47. Spieltag, der Penny DEL Saison 20, 22, 23. Alle Spieler live bei Magentasport. Los geht's mit den Predictions. Heute um 19.30 Uhr. Adler Mannheim gewinnt 3 zu 2 nach Overton gegen Schweminger Wild Wings. Und morgen um 19.30 Uhr. Eisbären Berlin unterlegen die Kölner Haier 5 zu 6 nach Penalty schießen. Bietigam Steelers verlieren gegen Löwen aus Frankfurt mit 2 zu 4. Dann Straubing Tigers verlieren gegen ERC Red Bull aus München mit 3 zu 5. Düsseldorfer EG gewinnt gegen Augsburger Panther 1 zu 0. Güssel Wolfsburg schlagen ERC Ingolstadt 3 zu 2 nach Overton. Und Pinguiner Bremerhaven gewinnt gegen Iserlohn Rooster 6 zu 1. So, das war's vom 47. Spieltag, der Penny DEL mit dem Predictions Saison 20, 22, 23. So, lasst ein Like, da lasst ein Abonnier. Gut Hockey, ciao. Gut Hockey, ciao.